Ich finde die Aktion 7% für Kinder ganz, ganz wichtig. Ich unterstütze auch gerne dabei das Deutsche Kinderhilfswerk, denn die Kinder haben nicht so eine große Lobby wie zum Beispiel die Wirtschaft, also wie die Hoteliers zum Beispiel, die 7% für ihre Betten bekommen. Denn es ist natürlich ganz logisch, Kinder dürfen nicht wählen und die Politiker haben da nicht so das große Auge drauf. Deshalb sollte man es unbedingt unterstützen, diese Aktion, denn es ist mir auch unbegreiflich, warum zum Beispiel ein Rennpferd mit 7% besteuert wird und eine Holzschaukelpferd für ein Kind mit 19. Wenn mir das jemand plausibel erklären kann, bitteschön.